So, zurück bei der Alderlaut Squad 5, Skyrim. Unser Ziel ist es jetzt, die Festung einzunehmen. Es ist schön, schön kalt. Und hier beginnt der Schnee. Eigentlich müsste es jetzt schneiden. Jetzt machen wir eben eine Festung erobern. Das ist die. Ja, das ist die. Ich gewusst hatte, dass es dieselbe Festung ist, die ich mal als kaiserlichen Volk gehabt hatte. Es gibt zwei Bestimmtheitsgrade. Entweder man rusht einfach durch. Oder eine zweite Variante. Man tut erstmal ein Safe machen. Erstmal. Ein Safe machen. Das Anpirschen. Schleichen. Ich wurde entdeckt. Jetzt bin ich nicht mehr entdeckt. Ah, da oben ist sie noch. Schalten wir mal den als erstes aus. Den kann ich ziehen. Wow, das war ein Treffer. Das wäre jetzt wirklich ein guter Treffer gewesen. Dann schleichen wir auf 19%. Jetzt wurde ich entdeckt. Das war eine gute Idee. Dann bin ich verlaufen. Los, los. Dietrich... Das war ein schöner Dietrich, der Typ. Das hat einen Dietrich gehabt, der Typ. sind doch sind ja auch typisch banditen banditen was ist das für eine streckung die habe ich schön mit pfeil und bogen gekillt eisenpfeile nämlich mal nicht mal mit die brauche ich sehr sehr viele und mal sehen was hast du so schön ist das sind ja meine eisenpfeiler nicht mal wieder mit so ja dann habe ich auch von zwei eisenpfeiler mit den eisenpfeiler okay ja das ist das ist die hier sei selber die festung von hell okay hallo ist jemand da oben ist hier das sind zwei erscheint scheinbar sind die beinahe da oben ich bringe die brauche hoch Pfff, fail. Autsch! Gold, Wein und Eisenpfeile! Das war's doch, oder? Oder kommen hier noch welche? Prost! Hallo! Das ist die Fassung von Helgen, oder? Ach, nie, die Fassung von Helgen, ey! Meine Fresse, ich hab's heute mit Deutsch! Ah, Ha-Hackstadt! Das ist doch die Fassung von Haackstadt! Hallo? Kommen hier welche raus, oder so? Ich komme als erstes hier rein. Weiß ich, was ein Kerr... Ähm, Kacker welche sind? Ist das aber eine Überraschung! Wo ist's? Wo ist's? Ups! Die Streitakt wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Ähm, wo ist sie denn? Bin ich blind? Bin ich blind? Oh, da ist eine Halbnackte! Ah, hier ist er! Sch- 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 das ist dein ist ja unten irgendjemand gefangen oder sowas nö das ist ja komisch der ist jetzt verpackt oder was das kaiserliche volk das buch will ich nichts lesen ok scheint voll sauber zu sein jetzt ein eisenhelm und so was und raus dann gehe ich mal in den anderen raum ein ah stufe 8 das gänzliche zeitleiter hallo die dritte das ist schön dass du so was hast auaauauau… alter! Oh, schnell was trinken! HA! Doch noch ein Finish-Muff gemacht ey! episch eisenkriegsachs der funken da kann ich mal entscheiden nämlich dass hier aus den favoriten durch ablegen und hab neus steichelt so was schön geld er hat seine beine gespreizt wird's mehr ha gold die zaubertränke nehme ich mal mit kleine heilung wichtig paar alter wählen das talus fila arion das ist hier was zum lesen jetzt gedacht hier kann man pennen schlafen lecker gebraten ist ja was da kann man ja alles essen vom eisen 2 3 tend das ist besonders nur bloß hier auch geld nehme ich mal mit die kommode ist leer bei stelle bei stelle tisch ist es was drin sein ja ist auch was drin so sonst ist hier nichts besonderes nur bloß karotten und sowas aus dem futtern schrank bügeleisen holzteller selbe schreizten jetzt mal gesehen aber hallelujah willst du mich küssen oder was das es ist immer wirklich so das sieht wirklich fast aus als ob die einen kuss haben möchte willst du mich küssen nein so okay zurück zur einsamkeit oh so einsamkeit im zwinkernden skewer gibt es warme betten und kalten mäht ihr seht aus als könntet ihr beides vertragen ich habe arbeit für euch falls ihr interessiert seien ich habe arbeit für euch falls ihr interessiert seien hallo man könnte wirklich denken dass die die ist so fast meine Freundin ey folgt ein hat ein schwert mit schild ach ey das wären die zeiten man sagt mitte alter noch die renaissance noch war und sowas erklärt mir nochmal warum ich männer dafür opfere hinter einem märchen her zu jagen wenn ulfric diese krone in die hände bekommt ist sie kein märchen mehr dann wird sie zum problem entzaubern haltet ihr nord der nichts von euren eigenen traditionen ich dachte die volksversammlung wählt den könig wir unterstützen elisiv wenn sich die volksversammlung trifft wird sie das richtige tun es haben nicht alle auf der volksversammlung zugestimmt ihr seid jetzt schon lange genug hier um zu wissen dass nord nicht immer vernünftig sind wir folgen unserem herzen na und ulfric bekommt diese krone und dann ist er auf einmal großkönig nein so einfach ist es nicht aber die zacken krone wäre ein mächtiges symbol mit dem er eine menge unterstützer um sich schaden könnte wenn wir sie jedoch vor ihm finden und wir haben es elisiv überlassen in abwesenheit der volksversammlung würde es ihren anspruch zusätzlich legitimieren vielleicht ich vertraue euch so viele ressourcen an wie ich entbehren kann aber ich warne euch wenn sich das als verschwendung von zeit und leuten entpumpt es wäre nicht vergebens nehmt auf jeden fall den hilfssoldaten hier mit ihr könnt ihn zurückschicken wenn ihr dort seid und nicht weiter vor findet als alte knorren und spinnweben stein faust ist kein tor er hat die krone gefunden aber wir werden sie zuerst erreichen blitzschlag des eric storm blitzschlag des eric storm ich habe gerade ein eine waffe hergestellt damit kann man schön euch wieder in einem stück zu sehen soldat und da will ich mal nicht reden gut gemacht ich bin beeindruckt aber bevor wir weitermachen ist es an der zeit dass ihr der armee offiziell beitretet ok redet mit general tullius er wird die vereidigung vornehmen mit eurem beitritt zur armee leistet ihr einen eid der euch in den dienst des kaisers und somit eines jeden bürgers im kaiserreich stellt ok seid ihr bereit diese verpflichtung einzugehen ich bin bereit den schwor abzulegen nun gut sprecht mir nach bei meiner ehre schwöre ich kaiser titus mehle den zweiten meine ewige treue bei meiner ehre schwöre ich kaiser titus mehle den zweiten meine ewige treue und unerschütterlichen gehorsam den offizieren dieses großartigen kaiserreiches und unterstützlichen gehorsam den offizieren des großartigen kaiserreich wer über mir steht möge mich richten wer unter mir steht mich niederstrecken falls mich meine pflicht verletze wer über mir steht möge mich richten wer unter mir steht möge mich niederstrecken falls mich meine pflichten verletze lang lebe der kaiser lang lebe das kaiserreich lang lebe der kaiser lang lebe das kaiserreich willkommen bei der kaiserlichen armee soldat vergesst nicht wir kümmern uns um uns selbst wer einmal in der armee ist der bleibt dort sein leben lang redet mit beirand er hält sich normalerweise bei der schmiede auf er wird euch ausrüsten nun wenn ich mich nicht irre hat legat ricke einen sonderauftrag für euch abgeschlossen ein neuer rekrut steinfaust ist kein tor er hat die krone gefunden aber wir werden sie zuerst erreichen bringen die zacken krone willkommen bei der armee hilfssoldat willkommen bei der armee hilfssoldat hör zu galmar steinfaust ulfriks rechter hand hat seiner meinung nach die letzte ruhestätte der zacken krone gefunden wir werden dafür sorgen dass er das ding nicht in die hände bekommt der rest meiner leute sammelt sich gerade außerhalb von korban jund wir treffen uns dort sobald ich hier fertig bin alles klar warum kämpft ihr für das kaiserreich was muss getan werden um den krieg zu beenden ich hoffe dass ulfrik zu sinnen kommt aber ich fürchte dass es dafür schon zu spät ist wahrscheinlich würde ulfriks tot reichen oder der sturz eines jahr der ihn unterstützt beides ist mit einer menge blutvergießen verbunden wartet nicht auf mich geht nach korban jund sobald ihr bereit seid wir sehen uns dort wir müssen erstmal uns eine kaiserliche rüstung einsetzen dann gehts zur zacken krone und das bedeutet das heißt ein epischer kampf es wird cool und tote frau wuuh uuh wuuh 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 die kaiser vittoria wicki wird sich bald vermählen Und der Empfang wird öffentlich sein. Alle Bürger von Einsamkeit können daran teilnehmen. Alles in Ordnung? Ja. Der ist da drin, oder was? Neue in der Stadt, stimmt's? Wenn ihr eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, geht zum Zwinkern in Skeba. Die betreiben eine gute Herdage. Und Herr Müllzen für alle Veteranen. Ich habe Arbeit für euch, falls ihr interessiert seid. Warten wir mal ein paar Minuten, bis der da rauskommt. Wupp. Wupp. Und ist er draußen? Ja, er ist draußen. Er ist draußen. Da ist er. Ähm, hallo? Hier wird nicht rumgetrödelt. Ja, ja. Hallo. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Aber womit kann ich euch dienen? Genau. Trullius hat gesagt, ihr würdet mich ausrüsten. Ja. Ich hätte da nur eine Frage an euch. Leicht, mittel oder schwer? Was? Leichte Rüstung für Erkundungsmissionen? Schwere Rüstung für Schlachtengetümmel oder etwas dazwischen? Dann nehme ich eben mal schwer. Besseren Stahl werdet ihr nirgends finden. Wenn der euch nicht vor dem Tod rettet, dann kann euch gar nichts retten. So, das wär's. Jeder Soldat kriegt eine Kluft umsonst. Wenn ihr die verliert oder sie euch kaputt hauen lasst, werdet ihr zahlen müssen. Genau wie jeder andere. Ihr Wanderer wie... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, du trägst so viel. Kannst nicht trennen. So, was habe ich neu bekommen? Nämlich kaiserliche Armschen, kaiserliche Rüstung. Die kaiserlichen Stahlpanzerhandschuhe lasse ich mal. Ähm, den kaiserlichen Schild. So, ähm, weil die haben einen höheren Rüstungswert. Davon habe ich zwei. Ich brauche nur Plus 1. Ähm, das gebe ich dann der Lydia. Du bekommst bis ein paar... 4 Sibabahnen. 4 Sibabahnen. 4 Sibabahnen. Der Padsbälle hatte ich mir. Dann möchte ich erstmal diesen Zweithänder nicht haben. Den Shit weg. Ich sag schon wieder Shit. Erreich mal den Shit drüber. Nein, kriegst du nicht. Warum denn nicht? Tja, weil ich reicher bin als du? Ach man. So, Eisenschwert weg. So. Passt auf euch auf. Und? So, Objekte. Auf Bekleidung. So, zack, zack. Guck mal. Das hat ein Meer. Stahlschild hat mehr Rüstung als die, warte mal. Was sind die Arme? Boah. Immer eure Rüstung. Ah, das sieht cool aus. Mit dem Schild so und sowas. Jetzt mal ein Kaiserlicher, weil wir jetzt mit dieser Rüstung rumlaufen. Den immer noch da. Ah, du bist immer noch da, ne? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, dann hast du auch geschworen, mal meine Last zu nehmen. Weil du bekommst nämlich dieses hier. Einmal den hier. Der ist viel besser. Damit ich ihn ausrüsten kann. Geht das? Ja. Und den Stahlschild, den gebe ich dir. Damit ich den Kaiserlichen Schild dann habe. So, ähm. Schriftrollen. Drachenknochen. Gib mir mal bitte die 2. Zaubertrinke. Kriegst du ein paar Heilungen? Oh. 1, 2. 1x 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 2x 1x 2x 1x 2x 2x 1x und das so dann mal los so und so sehen wir jetzt aus sieht aus wie so ein römischer soldat der singt das ist ja alles mit ledermist was brauche ich für die nicht wahr vier eisenbahnen und ja ich möchte jetzt mal meine waffe müssen verfeinern aha da brauche ich eure zu wahren ok hat er so was anscheinend die besten waffen und rüstungen so was so was kann ich bitte den dietrich haben hier können jederzeit zurückkommen wenn ihr waffen oder rüstungen braucht eine schmiede macht niemals pause ne bärenpads möchte ich nicht in leder verwandeln so ihr solltet mich mal sehen wenn ihr langweilig ist der gibt uns auch eine aufgabe oder eine mission so das kann man jetzt weg machen wo führt es mich hin zur karte dahin nach nach kovan und dahin ok so da mache ich ihm jetzt hier feierabend wir sehen uns bis zum nächsten mal von der anderen lordskreuz 5 skype tschau leute